Wenn du auf der Suche nach einem guten Kochmesser bist, dieses hier ist fast schon zu scharf. Ich habe es für 30 Euro bei Amazon bestellt, den Link findest du in meinem Profil. Die Klinge aus Edelstahl ist 18 cm lang und wirklich verdammt scharf. Ich würde es nur dann kaufen, wenn du wirklich vorsichtig bist.